Hi Leute, na? Kleine Ankündigung. Wenn ihr Bock habt mal bei einem Video mitzumachen, dann kommt mal morgen, sprich Samstag, 14 Uhr, Weimar Goetheplatz. Eigentlich sollte das Video anders anfangen, aber ich fange es jetzt so an. Wir hatten gerade ein One-in-a-Million-Erlebnis. Wir sind hier gerade lang gelaufen und dann ist das passiert. Ich habe das gerade gemailt bekommen von meiner Nichte. Gerade dieses Moment. Das ist aber eigenartig. Glauben Sie, der würde ohne T-Shirt gut aussehen? Ich denke schon, ja. Wer hat Ihnen das denn geschickt? Meine Nichte. Die Nichte ist gerade in diesem Moment. Ja, vor ein paar Minuten. Ich habe mein Handy gerade wieder auf Hörpark gestellt. Und da sagt sie, du müsstest mal da reingucken. So, und da habe ich jetzt mal geguckt. Was sind wir da geschickt? Also, ich glaube, Ihre Nichte freut sich, wenn sie ihr ein Bild von uns schicken. Ja, sind Sie das? Hallo Paula. Juhu. Ah, jetzt geht es erst los. Na Paula? I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Tante. Ja. Alles klar, und das schicke ich jetzt Paula. Genau, da auf diesem Sinne. Da freut sie sich. Bin gespannt, was ihr antwortet. Also, nach diesem tollen Event jetzt. Morgen, Samstag, 14 Uhr. Goetheplatz, Weimar. Könnt alle kommen. Ich würde mich freuen. Wenn ihr aus Erfurt anreist, dann besonders geil, danke. Und dann gucken wir mal, was wir Schönes gefilmt kriegen. Das wird tolli. Und vielleicht dürft ihr euch nicht ziemen, mal auf den Boden rumzukriechen. Das wäre geil. Das ist der Goetheplatz. Und hier werden wir morgen sein. Ihr müsst nichts Besonderes mitbringen. Einfach so kommen, wie ihr seid. Und dann wird das ganz tolli. Ich wollte ja nur in die Augen gucken, ich weiß, was passt. Bis zum nächsten Mal. Was hat es nicht aus B îl fielen, einfach so kommen? Tchau. Untertitelung des ZDF, 2020